Hallo, guten Tag. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Salko, mein Name. Gestern diese Eis vom Himmel fallen und mein Auto kaputt. Hagelschaden bekommen, genau, genau. Habe sie auch getroffen, ja, da gibt es so vieles in den ganzen... Ludwigsburg war das jetzt ganz schlimm. Kannst du mir reparieren, du oder deinen Mann? Ah, nein, nein, das ist nämlich so, das macht eine Versicherung. Von jeder, sie müssen nur ihre Versicherung melden und die machen, weil das so viele in den ganzen Ortschaft ist, die machen so Sammelort, wo die eben da hingehen und so in die Richtung, dass die alle da hinkommen, weil das so viele Fahrzeuge und dann muss man Termin ausmachen. Und was war dein Mann? Ah, wir machen eben eine Schadevontachtung, aber von Versicherungen, weil da eben ein Unfall passiert. Und eben Versicherungen vermitteln, dass das eben auch alles glatt läuft. Wir haben auch mit Anwälten, wo wir zusammenarbeiten, wo wir eben in dem Richtung. Oder wenn eben jetzt, du hast Oldtimer oder sowas, wo du ein bisschen Wertgutachter hast. Ah, okay, dein Mann sagt, was wert ist. Genau. Ah, okay, okay, das brauche ich auch bestimmt. Ja, ich kann dir geben dann eben, wann dir was passiert. Okay, ich dachte, mein Auto bringen, dein Mann bügel, leise nehmen, reparieren, nichts. Ah, okay, okay. Nur gut, achten, machen. Alles klar, vielen Dank. Auch Geld. Ja. Und alles Gute dazu. Danke. Jetzt viel passiert hier, das ist echt schade jetzt. Aber das ist gut, da kriegt ihr Geld. Genau, Geld kassieren, ist immer gut. Ja, reparieren oder nicht reparieren, dann kassieren. Ja, bei Zübrich bleiben, meine Frau freuen, richtig. Ah, da, Geschenk kaufen, das kommt gut. Ja. Also wünsche einen schönen Tag. Danke schön. Ciao. Ciao. Ciao.